In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie Musik von einem Tablet zu Erling 2 streamen können. Haben Sie Ihr Tablet über Bluetooth mit Erling 2 verbunden, so wählen Sie in der Rubrik Multimedia den Unterpunkt Medien aus. Drücken Sie Bluetooth, um auf Ihr Tablet zuzugreifen. Die Musikwiedergabe startet automatisch. Sie können die Musikwiedergabe zum Beispiel Nächster Titel oder Pause über den Erling 2 Bildschirm steuern.